Ein Unitrack wird gerade durch den Schacht in das Bergwerk reingehoben. Gestartet sind wir heute bei minus 6 Grad Übertage, mittlerweile sind wir unter Tage bei 24 Grad. Da sieht man schon mit welchen harten Bedingungen man im Bergbau zu kämpfen hat. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir nicht nur Fahrzeuge für die besten am Berg, sondern auch Fahrzeuge für die besten im Berg liefern können. Wir sind hier im Kaliberg Werra und speziell in der Grube Mergers. Höhenarbeiten, die wir machen müssen an der Fürste, die größer 2,50 Meter sind, wo man mit der Leiter nicht drankommt, braucht man den Fahrzeug. Und wir haben hier Eigenheiten, dass man 28 Prozent längs und 15 Prozent Querneigung in den Strecken hat. Und gleichzeitig aber nur Maschinen einsetzen kann, die 2,40 Meter hoch sein dürfen. Wir haben das Fahrzeug jetzt seit vier Wochen unter Tage im Einsatz von Elektroabteilungen, Bankmontage, allen Abteilungen eigentlich. Jetzt ist es erstmal unwahrscheinlich geländegängig, robust, vielseitig und als Bühnenfahrzeug ist es bei uns ideal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.